Mein Name ist Dennis Bronsert, ich bin Erfinder und Gründer der Firma Bodenlicht Design. Wir von der Firma Bodenlicht Design bringen Licht ins Dunkel, aber auch Informationen. Auf Knopfdruck wird jeder Schriftzug, jedes Design und jedes Logo zu einem Leitsystem. Ich brauche keine Zeichen deuten, ich folge einfach nur dem Licht. Als Brandschutzbeauftragter ist mir aufgefallen, dass wenn da Brandrauch oben an der Decke ist, wo auch das Leitsystem ist, da fehlt was am Boden. Interessant für mein Produkt sind vor allem öffentliche Gebäude, wo die Gänge recht verzweigt sind und einfache Orientierung gefragt ist. Das Einsatzgebiet ist sehr vielseitig und sollen dort zur Anwendung kommen, wo der Nutzen relativ hoch ist. Also in einem Hotel, in den Gängen zu den Zimmern, habe ich eine angenehme Beleuchtung, habe dann eine sehr schöne Raumqualität, habe ein Leitsystem, aber eben auch das Leitsystem im Alarmfall. Wenn es darum geht, den Boden zu beleuchten, ist das natürlich eine sehr raue Oberfläche. Da wird drüber gelaufen, da wird Wasser drauf geschüttet. Um diese Lösung so zu entwickeln, ging natürlich eine sehr lange Forschung voraus. Laserstrahl schneiden, Wasserstrahl schneiden und fräsen ist eine Grundvoraussetzung, um das überhaupt herzustellen. Weiter geht es mit der LED-Technologie. Hier hat die Firma Bodenlicht Design einen komplett neuen LED-Controller entwickeln müssen, um überhaupt dieses Problem zu lösen. Und dieser LED-Controller ist nicht nur eine technische Revolution, sondern auch ein ganz neues Marketingkonzept. Die Vision der Firma Bodenlicht Design ist, natürlich weltweit Projekte umzusetzen, da wo es wirklich gebraucht wird, da wo auch intuitive Flucht- und Rettungswegeleitsysteme eine wirkliche Rolle spielen.